Musik Setzen Sie sich doch. Kaffee? Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie denn gesehen, wie übersichtlich der Campus ist? Und alles neu. Super ausgestattet. Äh, bin ich denn hier richtig? Hier sind Sie immer richtig. Wir betrachten die Details und die Zusammenhänge. Das wollen wir jetzt noch geeignet um und dann wird es ganz einfach. Eine raffinierte Lösung. Ob Bachelor, Master oder duales Studium, an der BTU sind Sie gut aufgehoben. Systematischer Kompetenzerwerb. Und tiefgreifendes Verständnis. Ich wollte nur mal fragen, ob ich hier studieren kann. Selbstverständlich. Der Minister kommt erst in 10 Minuten. Er steht noch im Stau. Die Campusführung beginnt übrigens ein Stockwerk tiefer.